der laser in deiner playstation 2 ist defekt und muss ersetzt werden aber welchen laser muss ich für meine ps2 bestellen mithilfe dieses videos findest du heraus welcher laser typ in deiner playstation 2 steckt egal ob fett oder slim variante es gibt von der playstation 2 nicht nur die fett oder slim sondern nahezu 17 verschiedene modellpflegestufen die sich über die produktionsjahre ziehen und sich technisch stark unterscheiden die version eurer ps2 könnt ihr bereits am typen schild auf der rückseite oder gehäuseboden unterscheiden damit steht auch schon fest welcher laser typ in etwa in eurer playstation verbaut ist die modellnummer beginnt immer mit scph gefolgt von einer dreistelligen versionsnummer und einem zweistelligen länder code dahinter der länder code wird bei euch im regelfall 04 für deutschland bzw europa sein was die laser angeht so kann man beim kauf je nach typ noch neuware bekommen sie können aber auch teilweise refurbished oder vielleicht sogar komplett gebraucht sein üble ware könnte man bereits beim empfang daran erkennen dass die als transportschutz dienende lötbrücke vielleicht gar nicht mehr vorhanden ist aber auch ein vorhandener transportschutz garantiert nicht neu zustand da die laser nicht besonders teuer sind und es keine alternativen gibt außer keinen zu kaufen müssen wir es einfach wagen schaut euch wenn vorhanden auch die händlerbewertungen vor dem bestellen an ks 400b diese laser stecken in ps2 version 3 und 4 mit der modellnummer 300 300r und 350 sie sind nur schwer neu zu bekommen es gibt aber ein laser typ ks 400w dieser nachfolge typ ersetzt diesen und auch den nächsten laser typ also ks 400b und 400c der laser ks 400c wurde in den ps2 version 7 bis 10 mit den modellnummern 390 und 500 verbaut in ganz seltenen fällen gab es sie auch in den ps2 version 5 und 6 mit der modellnummer 300r in eben diesen versionen steckten allerdings meistens laser des typs ks 400r in den ps2 version 9 und 10 modellnummern 500 wurde statt des zuvor schon gezeigten ks 400c der laser hd 7 verbaut den wir hier sehen mit dem laser pvr 702w in der ps2 version 11 mit der modellnummer 500 bekamen die laser einen anderen aufbau zum beispiel waren die führungen nun aus plastik stadt aus guss hier nahm die qualität der laser deutlich ab sie sind dafür aber günstig zu bekommen der 702w wo den nächsten ps2 version 12 bis 14 dann durch den sp 31 70 abgelöst das war bei den modellnummern 700 und 750 und auch den kam 430 findet man in diesen ps2 version 12 bis 14 mit den modellnummern 700 und 750 der laser pvr 802w wurde bis zum schluss in allen letzten versionen also den version 12 bis 17 am häufigsten verbaut die modellnummern für diese ps2 version lauten 700 750 70 90 und 900 der letzte verbaute laser typ ist der khm 430 c ihn gab es nur in der letzten version 17 der playstation 2 mit der modellnummer 9000 das alles klingt recht verwirrend deswegen zum schluss noch einmal eine kurze zusammenfassung erst die modellnummer ermitteln dann im video die in frage kommenden typen aussuchen und diese genau mit den großen abbildungen vergleichen danach im netz nach der laser bezeichnung googeln händlerbewertungen prüfen und einfach bestellen im schlimmsten fall habt ihr 20 euro in den wind geschossen viel glück beim bestellen und bis zum nächsten video